Die Sonne kommt raus, siehst du, geil, hast doch, sehr schön, sehr, sehr schön. Da ist der Kragen, was ich letztes Mal gesehen hatte, da bauen sie was schönes, wir mal entspannen, was da hinkommt. Cool eh. Da ist die dicke Bertha, die Eno 12. Das ist toll aus. Oh ja. So, da ist die Masse wieder. Die Eno 12. 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 Die Eno 13. Die Eno 14. Die Eno 12. Falsche Abfahrt, das ist die Abfahrt jetzt da, geil, haben wir, das ist cool aus, boah, schein. Hier jetzt, auch hier ist die Tankstelle auch, herrlich, so jetzt bin ich da, in Egeln. Da sieht man erstmal Vordergrund E66 und dahinter dann die riesen E112. Weiter oben sieht man schon Turbteile. Schon hier bin ich, ich staune immer wieder, wenn ich hier bin. Da sieht man doch schon ein Maschinenhaus, was kommt da hin. Aber ich denke mal es wird eine V126 oder irgendwas werden. Auf jeden Fall wird es so hoch sein, weil die hat auch die Markierung an dem Maschinenhaus dran, diese rote. Cool, mal sehen was dafür wegkommt dann. Oder sind da schon welche weg? Ich muss mich erstmal wieder neu ordnen hier oben in Egeln. Mal gucken, ob die kleinen E40 hier noch stehen. Ich bin ja mal gespannt. Aber eigentlich, also da hinten fehlt noch nichts von den Anlagen. Ich denke mal, dann kommen die G weg, da hinten die 1.5er, die auf dem Sockel stehen. Oder 3 sind es ja, da ist ja noch eine, die nicht so hoch ist. Da steht ja hier schlicht hier schon ein Trumpf herum. 2002 haben sie die errichtet, die E112. Und jetzt sind es wieder weiter hier. Begast nach 4 Grad, alles klar. Alles klar. Ich vermisse die kleinen E40. Ich glaube die E40 sind weg. Ja, die sind weg. Ja, weg, weg, weg. Schön, dass man hier mal ein paar Trumpteile sieht. Cool. Schönes Foto. Hier ist die fette E112. Cool, cool ey. Ja und da standen ja eigentlich, ja wo die jetzt steht, standen die E40 ich glaube. Sind sie weg die kleinen ey, schade. Jetzt stehe ich unter der E112. Ah, immer wieder geil. Wie fit das Ding ist. Jetzt überlegen, die neuen jetzt Flieger herkommen, die Vestas. Ich weiß nicht, was es ist nur V126 oder ist es schon V136? Das sehe ich jetzt leider auch nicht so. Mit der Rotarymesser kann man ja gucken mit der Flügellänge. Die Namenhöhe wird es bestimmt 140 Meter sind oder so. Hm. Schade, schade, du. Ich habe jetzt nur schon ein Netz gefunden. Ich würde jetzt nicht ewig rumsuchen, ich würde mal filmen, weißt du. Es dauert sonst zu lange alles. So, jetzt stehe ich unter eine Vestas V90 oder V80. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall V90. Ich denke mal, das ist auch eine V90 hier. Auch übel zauer Turm. Ja, und da unten kommt dann eine Vestas. Hm, hin. Was, hier hat was für einer. Tja, ja. So sieht es aus hier. Schade, dass die E40 weg sind. Die kleinen, guten. Und dafür ist jetzt Vestas hin gekommen. E112. Aber die, das Maschinenhaus ist echt gewaltig von der E112. Das ist, boah, Bombe. Die fasziniert mich immer wieder. Wenn man so überlegt, die hört auch schon zu den alten Eisen eigentlich. Von 2002. Ist schon krass. Naja. Also die sind auch nicht so ganz in Ordnung hier. Die drehen sich. Dann stoppen sie wieder. Und. Trudeln nur. Dann starten sie wieder. Ah, der Wind wird nicht ausreichend sein wahrscheinlich. Hm. Wahnsinn. Ja, und da steht auch der Kran. Und das habe ich halt von, äh, Borne und Biere gesehen. Dass hier was passiert. Deswegen. Musste hier einfach mal gucken. Aber wie sagt die E40? Ich weiß ja nicht wann sie die weg gemacht haben. War ich dieses Jahr hier? Ich weiß es ja nicht. Da muss ich mal gucken. Ich glaube ich war doch dieses, Anfang des Jahres war ich doch mal hier. Und da standen die E40 noch. Hm. Ja, schade. Also da wo jetzt der Kran steht, da stand die E40 und da stand auch eine E40. Das weiß ich noch. Vielleicht nicht genau derselbe Punkt, aber da standen sie auf definitiv. So, jetzt fahre ich noch mal ein Stück ran an die Baustelle hier hinten. Das ist ja übermatschig. Oh. Mal gucken, ob man da vielleicht was erkennen kann. Wie geht das ausmatschig? Wupp. Ein Hoch auf den Jeep. Oh. Meine Güte. Aber ich glaube Security gibt es nicht, aber die haben nur Kameras hier stehen bestimmt. Ich will nur an dem Schild lesen, was dran steht. Wester steht schon mal groß dran in den ganzen Vorschriften und klar. Video überwacht sehe ich das Schild schon da links. Video-Bewachung. Ja. Ja. Dann steige ich noch mal kurz aus und führen wir noch mal. Vielleicht kann ich es da erkennen dann. Da steht nichts dran, was die Wester fahren ist schön. Ja, hier sieht man es mal, ne. Ah, die ist nicht weit weg von der dann. Krass. Da fährt nicht mehr viel. Cool, cool. Na ja, gut. Schade, schade. Ah, ich werde es noch rausfinden, was hier herkommt. Safe. Hier siehst du mal die dicke Bär da. Wie viel Grad haben wir denn? Drei Grad haben wir. Das ist eisig irgendwie. Das ist schmellwöhnt. Eine Moller-Pampe. Meine Güte, ich habe das Auto noch nicht gewaschen. An den Trump-Teilen steht auch ohne eine Stranne. Aber ich wüsste, ich kriege das bestimmt raus, was hier herkommt bei hier Westers. Ich kenne da jemanden, der bei Westers arbeitet. Der sagt mir das bestimmt. Na ja. Dann war es das mal wieder hier. Von Egel. So, da nehmen wir nochmal die Windpong. Mit seiner Pracht. Die fette Enercon E912 und dann diese schlanken Westers V schießt mich tot. Schon krass. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.